Willkommen zurück zu RimWorld, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir erholen uns gerade noch von dem Angriff in der letzten Folge. Und ich glaube, wir haben ja, wir haben so ein paar Sachen, die wir da auf jeden Fall herstellen können. Wobei, ich muss jetzt mal gucken, wie sieht es denn hier aus mit Glitze-Medizin. Hightech-Medizin wäre das. Hightech-Medizin, es dauert halt ewig. Also ich glaube, für uns günstiger ist es jetzt erstmal, wenn wir bionische Teile herstellen. Das heißt, wir stellen mal, komm, machen wir mal ein bisschen auf Vorrat. Zwei davon, zwei davon. Wir gehen jetzt mal ganz kurz durch. Kea braucht ein Oberschenkel, also ein neues Bein. Da passt alles. Da ist alles im Eimer, das ist egal schon. Der linke Fuß, ja, warum auch immer der abgebissen ist. Ah ja, das war der Bär, glaube ich. Das können wir aber mit Zauber klären, glaube ich. Da hat der Lappen doch bestimmt was. Von Ratio Farm, nee, aktuell nicht. Vielleicht aber der Riker, da können wir gleich gucken. Hast du was von Ratio Farm, Riker? Nee, hat auch nichts. Naja, gut, dann können wir aber warten, das passt. Hier passt alles. Da können wir auch warten. Da ist mir egal. Das könnten wir ersetzen. Ja, das passt doch, oder? Ich würde sagen, das passt soweit. Das ist doch wunderbar. Gut, gut. Nahrung inabzipabel. What? Oh, wir haben nichts mehr zu futtern da. Das ist ja schrecklich. Ja, nun, da müssen wir jemanden kurz mal zum Kochen einteilen, ne? Kea. Wir haben echt gar nichts mehr. Also muss Kea jetzt, der ist so halbfit. Der kann. Ja, Hinkebein schafft das. Ja, es muss jetzt gekocht werden. Wir haben gar nichts mehr zu essen da. Also ich meine, wir haben noch die Überlebensration, aber das ist halt zu wenig, ne? Oh, Isasi kann wieder laufen, aber halt nur laufen, das hilft uns halt noch nicht so viel, ne? Matti ist, ist der springende Punkt. Der kann eigentlich auch wieder laufen, warte mal. Lappen. Gib dem mal ein Wort der Heilung, dem Lümmel. So. Dann kann er eigentlich der kochen. Und dann können wir Kea wieder rausnehmen, ne? Das passt doch. Matti ist fit genug. Ja, der macht das mit dem rechten Arm. Rührt da um. Und ansonsten hinkt er sich fröhlich durch die Welt. Das klappt schon. Bin ich, bin ich guter Dinge. So, Fallen werden auch wieder errichtet. Fantastisch. Die Neutroa-Leaves wachsen. Ach, schön. Una kann wieder laufen. Auch gut. Jodinada lebt wieder. Super. Super, super, super. Hier, das Fleisch wird auch so langsam als sicher eingelagert. Ja, das passt doch. Komm. Easy. Das Lappensche Königreich steht wieder. Wie eine Eins. Der kleine Lappen steht. Was? Äh, Isasi? Kann die eigentlich? Ne, die kann doch nicht. Ne, die steht kurz davor. Dass er auch Gliedmaßen nachwachsen lassen kann. Riker, kann er jetzt? Ne, kann er nicht. Na gut. Dann warten wir mal. Der Putzhelfer hat auf jeden Fall einen Haufen zu tun gerade. Aber das geht jetzt ganz gut voran, ne? Also die sind alle schon fit. Kea baut hier schon die nächsten Intensivbetten. Die brauchen wir auf jeden Fall. Weil jetzt gerade eben war doch ein bisschen kritisch, ne? Das waren doch zu viele Leute. Verletzt. Ach, die. Die Schwester von Standard. Interessant. Das ist die Schwester von Standard, Leute. Und das ist Op-Met. OP-Met. Hm, OP-Met. Lecker. Das gute alte OP-Met. Eine Ratte wurde zusammen. Ja, die können wir gleich verkaufen. Das ist ja super. Hey, geil. Ich kann der imperiale Händler gleich mitnehmen. Die schenke ich euch sozusagen. Geh gleich mal hinlappen. Hau das Ding weg, bevor es noch irgendwas von uns wegfuttert, das Vieh. Geh mal zu Plagal. Guten Tag, Plagal. Wir haben theoretisch... Ach, wollt ihr nicht kaufen? Och. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Na gut. Nein, nicht. Nehmt halt nicht diese Ratte. Verstehe ich nicht. Wie kann man diese tolle Ratte nicht wollen? Einen Fasan kannst du kaufen. Oder eine Wachtel. Oder wir verkaufen die Megakoks. Die gebe ich nicht her. Die sind zu cool. Auch wenn sie keine Eier legen, scheinbar. Das finde ich ein bisschen komisch immer noch. Aber gut. Sie können kämpfen. Ja. Das ist das Wichtigste. Sie werden uns verteidigen. Im Fall der Felle. Sie werden nicht lange leben. Oh, schaut euch das mal an, wie viele Küken wir jetzt wieder haben. Fantastisch. Toll. Das ist einfach schön. Muss man sagen. So, ich glaube, soweit geht es jetzt allen wieder gut. Das heißt, wir könnten jetzt. Ich meine, wir haben hier noch ein bionisches Bein. Das kriegt der Lappen. Zu 100%. Aber hallo. Was ist das? Das linke Bein. Das linke Bein. Das, das. Hallo. Natürlich. Brandnarbe, die entfernt war. Weg damit. Ja. Weg damit. Geh gleich mal. Leg dich gleich mal hin, Lappen. Und Dr. Riker wird gleich vorbeikommen. Dr. Riker, bitte in den OP. Wenn du das verkackst. Ne? Heißt es Kopf ab, mein Lieber. Du willst. Du willst den Lappen nicht verletzen. Sehr löblich. Und Frambos. Auch sehr löblich. Jetzt bräuchten wir jemanden, der zähmen kann. Aber haben wir leider keinen. Ich mein, man kann das versuchen, aber es wird wahrscheinlich nicht glücken. Kosten tut's ja nix. Kannst Frambos so viel anquatschen, wie du möchtest. Die werden da nicht sauer. Die reagieren dann halt einfach nicht in ihrer grenzenlosen Arroganz. ganz eklige Mistviecher. So. Kea. Außer Riker kann jetzt. Riker kann. Das ist ja fantastisch. So. Riker. Geh mal rüber. Fantastisch. Genau. Klau Kea noch das Essen. Hast ja recht. Gönn dir. Ja. Gönn dir ne warme Mahlzeit. Hast du dir verdient. Irgendwer holt schon ab. War schön. Schon wieder sehr schön. Toll. Sehr, sehr schön schon wieder. Ich liebe Rimworld schon wieder. Also Rimworld. Weißt du, da kommst du rein ins Spiel und du hast einfach sofort instant Spaß. Das ist Rimworld. Bestes Spiel. Schön. So, was ich aber nicht verstehe. Warum kümmert sich denn eigentlich keiner um diese gottverdammte Palette hier? Was ist da los? Also alles da, oder? Ah, Stoff. Es ist der Stoff, der uns fehlt. Wir brauchen den Stoff. Das weiße Gold. Sozusagen. Ah. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Verstehe ich. Die Baumwollpflanzen sind dann auch erst sehr spät dieses Mal gepflanzt worden. Weil wir ja diese blöde Kältewelle hatten. Verdammt. Oh Gott. Nein. Hast du wohl auf? Warte mal. Den können wir doch noch reparieren. Irgendwer kann den reparieren, habe ich gehört. Ich weiß nicht wer. Aber irgendwer kann den reparieren. Kea vielleicht? Ne, Kea nicht. Standard vielleicht? Ne, ich glaube Una war es. Una müsste. Oder? Ja, Una. Geh da mal hin. Lass den liegen. Una kommt jetzt. So. Respekt. Das Ding ist fertig. Das Ding ist komplett repariert. Wie krass. Wow. Ich hatte das nicht erwartet jetzt. Dass das komplett repariert wird. Oi. Au. Au. Ja, weil der Lappen verwirrt ist, ist jetzt auch Sniff verwirrt. Das ist ja super. Geil. Ähm, Standard. Ich glaube, das ist deine. Das ist deine Aufgabe, mein Lieber. Mach mal. Schön. Toll. So, haben wir wieder. Wunderbar. Läuft doch, läuft doch, läuft doch, läuft doch. So. Und eigentlich wollten wir ja den nächsten Boss rufen, ne? Die Kriegskönigin. Ich weiß gar nicht mehr. Haben wir die jetzt schon besiegt? Ja, nein, vielleicht. Keine Ahnung. Ist auch egal. Wir holen einfach. Wir holen jetzt einfach die Kriegskönigin. Wir gehen jetzt einfach alle Bosse nochmal durch. Und dann passt das, ne? So. Schwupps. Kriegskönigin herbeigerufen. Kriegskönigin kommt. Und soll sie kommen. Ich glaube, die war schon da. Aber jetzt kommt sie halt nochmal. Warum auch nicht? Warum, warum, warum nicht? Ja. Also Kriegskönigin, ganz ehrlich. Die kannst du immer mal rufen. Wenn dir gerade langweilig ist, hol die Kriegskönigin. Wenn du gerade gar nichts mit dir anzufangen weißt, die Kriegskönigin weiß was mit dir anzufangen. So ist es nämlich. Einfach Kriegskönigin holen. Und dann ist alles gut. Guck mal. Da ist sie ja schon. Da ist sie doch. So. Alles auf Sicherheit stellen. Und dann. Flumps. Und dann geht erst mal. Irgendjemand, der halbwegs schlau ist. Standard. Ist halbwegs intelligent. Standard. Geht hier mal hin. So. Das Ding wird geladen. Und dann. Schießen wir auf die Inferno-Raupen. Weil die sind am gefährlichsten. Na. Treffen müssten wir. Das wäre toll. Ne. Ja. Das war auch nichts. Den hat er außerhalb der Map platziert. Den zweiten. Das war überhaupt nichts. Na. Wir haben leider keine Just-Bee diesmal. Mal. Oh. Der hat getroffen. Endlich. Sehr gut. Danke schön. Schanke Böhn. Gut. Rest. Geht in den Kampfmodus. Außer ihr Rennen. Und Una. Komm. Können wir auch mal. Und Sniff. Komm. So. Aber der Rest. Keine Pause. Jetzt wird gefeidet. Gehen denn die hin? Au. Kacke. Das ist schlecht. Ich habe Mist gebaut. Ich habe. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht geschaut, ob die Mauern wieder stehen. Das ist ganz doof. Ich glaube, die können wir jetzt so auf die Schnelle auch nicht wieder aufbauen. Ne. Naja gut, dann machen wir. Dann holen wir die hier ab. Das ist kein Thema. So stark ist die ja nicht. Okay. Merlin hat es halt hart verkackt schon wieder. Die Pflaume. Meine Güte ey, Merlin. Du bist echt eine Flasche. Die Frage ist, was ist mit diesen Inferno-Raupen? Aber die, die laufen richtig. Die, die gehen zum Glück den richtigen Weg. Weg. So. Und die Olle. Die machen wir jetzt einfach hier fertig. Au. Ja, die trifft, ne? Okay, passt. Wunderbar. Ja, dann schießt sie kaputt. Die hält viel aus, aber nicht genug für uns. Okay, Riker geht heim. Lappen bleibt hier. Okay. Und jetzt. Feuermänner. Jawohl. Easy. Easy peasy. Hat gepasst, ne? Okay, die leben noch, aber die sind schon so langsam. Die sollten nicht mehr lange leben. Sag ich doch. Ja, die letzte wird auch gleich sterben. Aber die sind, die ist schon so kaputt. Oh, Mann. Das ist jetzt ätzend. Das ist jetzt echt ätzend. Weil die ist jetzt hier in Deckung. Und da chillt sie. Und dann schießt sie da raus die ganze Zeit. Und das ist doof. Und es schießt keiner zurück, was ich auch uncool finde, weil eigentlich müssten sie hier treffen. Eigentlich müsste er hier treffen. Aber tut er halt nicht. Und da die jetzt sonst die ganze Zeit hier rumballert fröhlich, müssen wir jetzt einfach jemanden schicken, der sich da mal eben drum kümmert. Könnt ihr mal bitte, könnt ihr mal, hallo? Schießt ihr mal? Ne? So, jetzt komm, schieß. Ja, geht doch. Himmel, Herrgott. Ihr Nichtskönner. Na, endlich. Meine Güte. Nichts kaputt gegangen, ne? Alles gut. Leichte Verbrennungen. Ein paar... Ein paar Kleinigkeiten. Das kriegen wir wieder weg. Ja, das ist kein Thema. Okay. Hat super geklappt. Das Kind müssen wir natürlich wieder... in den... Sicherheitsbereich schicken. Und die Bots sind auch wieder ready. Wunderbar. Kriegskönige besiegt. Isasi hat genug von der Zivilisation. Mal wieder. Ja, dann... Ähm... Ich weiß nicht. Also, so ganz streng genommen brauchen wir Isasi halt auch nicht. Wollen wir Isasi gehen lassen? Also, ich sag mal so... Isasi trägt jetzt nicht viel zu dieser Kolonie bei. Will jetzt nicht böse sein, aber... Ja, sie hat Psyling. Sie ist relativ hoch in ihrer Psyling-Stufe. Aber ansonsten... Pfff... Weißt du? Ich würde tatsächlich sagen, lass sie gehen. Ich meine, man kann ja versuchen, die zu zähmen. Sie redet ja offiziell scheinbar nicht mehr... Okay, jetzt nimmt der Lappen sie doch gefangen. Aber... Also, ich sag jetzt ganz ehrlich... Lass sie mal frei. Lass sie frei und lass sie gehen. Wir brauchen... Wir brauchen Isasi. Also... So gern ich Isasi mag, aber... Ich wüsste jetzt nicht... Sie kann kochen. Das ist aber auch schon alles. Oi. Isasi bricht aus. Oh nein. Ja, lass sie doch gehen. Lass sie gehen. Lass Isasi gehen. Isasi, ich... Äh... Schicke dich zurück in die... In die Freiheit, ja? Lebe mit den Tieren, werde glücklich. Gönn dir. Mach's gut. Um dein Kind kümmert sich jemand. Savage macht das hier zum Beispiel jetzt ganz gut, ne? Savage stillt das Kind. Savage ist jetzt die neue Mutter. Habe ich mir sagen lassen. Machen wir hier. Neu zuweisen. Perfekt. Ja, ganz ehrlich, fange ich nicht lang. Lass sie gehen. Wenn Isasi gehen möchte, soll sie gehen. Ich halte sie nicht auf. Und, äh, wenn du wieder auf das Rad möchtest, dann, äh, wenn wir eine neue Isasi suchen sollen, dann einfach einen Kommentar schreiben. Weil, vielleicht finden wir ja eine bessere Isasi. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. So, meine Lieben. Das soll es aber gewesen sein. Warum ist Kia denn unglücklich? Ach, weil Isasi... Ne, weil der Onkel Mosquito gestorben ist. Ach, Mann. Der Onkel Mosquito. Mein Lieblingsonkel gewesen. Ach, Herr Jemini. So, Kia, ne? Kia. Bewaffnen. Naja, ich finde, das ist okay, wenn Isasi geht. So, meine Lieben. Das war es aber für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Likes und Kommentare nehme ich natürlich gerne mit. Und, äh... Ja, macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.